Shania Twain ist glücklich, Harry liebt ihre Musik Ihre Musik hält sich über Generationen. Shania Twain, 57, sang sich in den 90ern mit ihrem Album Seawoman in Me in die Herzen vieler. Auch Harry Styles, 28, blieb nicht verschont. Dabei trennen den jungen Megastar und die Grammy-Gewinnerin 29 Jahre. Im April 2022 gaben die beiden zwei von Shanias Hits auf der Coachella-Bühne zum Besten und stehen seither in Kontakt. Jetzt teilte die Sängerin einen persönlichen Auszug aus einem Gespräch der beiden. Wie Shania gegenüber Tudé erzählte, hatte Harry ihr ein Geständnis gemacht, ich liebe meine Mutter dafür. Weil ich deine Musik liebe. Sie soll es nämlich gewesen sein, die dem Popstar in seiner Kindheit Songs der Interpretin vorgespielt und somit auch ihn zum eingefleischten Fan gemacht hatte. Berichtete Shania weiter. Dafür überraschte die Crossover-Künstlerin Mamas teils sogar einmal mit einem Anruf zum Geburtstag. Durch den gemeinsamen Auftritt mit Harry schließe sich für Shania ein Kreis. Er ist eines der Kinder aus der Generation, die vor 25, 30 Jahren als 4- bis 6-Jährige in meinem Publikum saßen. Jetzt entsteht eine Art Full-Circle-Moment. Weil sie alt genug sind, ohne ihre Eltern auf meine Konzerte zu kommen, plauderte sie im Interview aus.